Wissen Verena Kehrt, 41, und Marc Terencey, 44, schon, wann sie gemeinsam vor den Traualtar treten wollen? Die Radiomoderatorin musste am Freitag als erste Kandidatin das Dschungelcamp verlassen. Doch nach ihrem Exit wartete eine große Überraschung auf die gebürtige Münchnerin. Sie bekam einen Antrag von ihrem Freund und sagte natürlich ja. Hat das Paar sich mittlerweile schon ein paar Gedanken über die Trauung gemacht? Verena sprach nun über ihre Hochzeitspläne. Wo geheiratet wird, wann geheiratet wird und wie geheiratet wird, das wird natürlich noch nicht verraten, stellte die 41-Jährige nun im Interview mit Radio Energy klar. Final sei der große Tag sowieso noch nicht geplant worden, immerhin ist die Verlobung. Verena Kehrt, 41, und Adam. Für jeden Tag die Nummer im Interview mit Geräusch, 43, und Tag die Verletzung. Verena Kehrt, 40, und Tag die Dasen von dem Knie. Verena Kehrt, 40, und Tag die Bewege. Verena Kehrt, 41, und Tag die Dachat, 41, und Tag die Dachat. Vielen Dank.